Moin YouTube, was ist das? Ich begrüße euch zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und heute habe ich etwas sehr besonderes für euch. Nämlich, habe ich das neue Tuck-LMG getestet in einem Turnier mit einem Liebens-Cathology, weil mir das einige Leute geschrieben haben und das, was soll ich sagen, das LMG ist geisteskrank. Spielt auf jeden Fall dieses Bild hier. Ich habe auch eine neue Waze-B-Swarm getriet mit einem Visier. Manche Leute wollten ein Visier, tryt auf jeden Fall das hier. Ist sehr, sehr gut. Ansonsten lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Lowout findet und wie es bei euch gewirkt hat, bei mir hat es komplett gescheppert und genießt auf jeden Fall die Turnier-Runde. Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein. Das kommt keiner mit Waze. Alles gut. Lass schnell looten und weiter machen. Nein, warum kettet der da? Nein, nein. Ich habe hier ein Schatz mit dem Quasen, ich habe mich nicht aufgetragen. Ich habe mich nicht aufgetragen. Pendejo. Waaay, ich habe mich mit dem... Das ist gut, ich habe mich nicht aufgetragen. Oh Nein. Nein. Oh, ich hab' gechockt, Bro. Kannst du dich kaufen? Boah, ich bin nur wegen Pin-Guard gestorben, Bro. Gehen nicht nach Karko. Ja, ja. Boah, ich bin grad nur wegen Pin gestorben, seit ich wieder 2 Kills gehobt. Das hat seine Bot, glaube ich, das ist halt krank. Bei mir waren noch solche Bots, Bro. Ich muss eigentlich zurück. Er hat auch 4 Bots vor sich. Oh, Manni, Bro. Die in Karko sind echt nicht so shit. Warte mal, komm's. Oh, Manni. Kannst du dich holen? Kannst du selber einen Shop holen. Ah, ne, da ist ein Putin, aber die sind Bots, Bro. Ich lande da auch einen anderen Shop. Ich lande da wieder, ich muss dich holen, diesen Shit. Gibt kein Money. Ja, Luke ganz kurz, ich muss dann wieder landen. Ich muss da wieder landen. Ich muss da wieder landen. Das Oracle will das auch von mir. Nee, das ist ein Wind. Ich muss da wieder und in die Höhe nach unten raus. Warte mal, bin ich nicht so schön. Warte mal, bin ich nicht so schön. Warte mal, bin ich nicht so schön. Oh, Manni, viele Welcome. Bro, ich hasse es auf 150er-Pink zu spielen, ne? 10 ab. Ich troll. Ähm. Ich geloadert. Kannst du da hinkommen, Bro? Die sind bei der Kuppel. Also wirklich Full-Bots, Bro. Ich geh jetzt loadis, wir spielen safe. Ah, wirklich Full-Bots. Also ich mein es ernst. Wirklich Full-Bots. Also ich mein es ernst. Oh, mire, hier ist dieser verdammt. Oh, die Mafia von der Nalk. Schütulis. Das Gas kommt. Achtung. Er hat für die Ode, wir können ihn beieben. Ich werd gesnipet. Ich werd geholdet vom Berg. Flank. Might be dead. Ich flank die Kids. Die sind auch nicht gut, glaub ich. Erste One-Shot. Er hat einen. Einer One-Shot setzt. Einer hat Schiebräck. Noch einer noch. Anderer Schiebräck gewesen. Ja, der andere schießt da oben. Da oben. Da oben. Einer fliegt da, in der Luft. Schiebräck, One-Shot. Noch einmal One-Shot. Gibt's One-Bullet. Da haben wir noch eine Cool-Gin. Was? Einfach so One-Shot. Da landet auch einer. Pull one, pull one. Oh man. Oh man. Noch einer landet, ganz hinten. Überleben heißt Wiedereinstieg. Er kriegt den Kill. Ich glaub, er hat sich gecheckt. Gibt's safe, Matze? Ja. Druckmitglied hat Freigabe zum Wiedereinstieg. Das Gas nähert sich. Neue Sicherheits-Zone. Für die sind noch welche hier. Ja, unappartable. Bein Nock von denen. Er ist gerast. Er ist weg. Ja, was hinter dem Haus? Komm, zip, nimm. Du hast keine Gas müssen kaufen, ich muss Gas müssen. Komm, zip, nimm. Digga, ist ja gar nicht so. Wir dominieren die gar nicht. Hä? Ich bin nur vier ab. Fünf ab, digga, nur. What? Ja. Ich dachte, wir dominieren die voll. Ich dachte, wir dominieren die voll. Nein, nein. Nachdem wir achtzehn abbewahren haben, wir keine Kürze genommen. Wir dürfen nur durch eine sterben Gelock. Ja, für sicher. Ja, für sicher. Wir verschwenden auf den Boden. Ja, wahrscheinlich ein Farber webbild. Ich bin auf dem Webbilder. Ist das, im Weg. Entferklang. Das ist das, was ich oben. Da ist eine Einschränkung. Das Gas breit jetzt nicht aus. Das Gas breit jetzt nicht aus. Lass sie ressen, lass sie ressen, ich lass sie ressen Alles in dem Grund, was tut mir? Verlierst deinen Boden, Bewegung! Alle Truppenmitglieder sind in der Sicherheitszone Das ist so in der Bordlobby, das ist crazy, dicker. Das war so in der Bordlobby, ne. Ne, find ich nicht. 1 ab, neun ab, zehn ab. Das war so in der Bordlobby.